Mit diesem Wort beendest du jeden Streit. Bestimmt hast du das auch schon mal erlebt, bei einem Streit wirft man sich einfach gegenseitig verletzende Sachen vor und steigert sich immer mehr rein, bis das Ganze komplett eskaliert. Psychologen haben herausgefunden, dass du den Streit mit diesem einen Wort beenden kannst. Aua. Ganz einfach nur Aua. Wenn du auf einen verletzenden Vorwurf hin mit Aua antwortest und dein Gegenüber einfühlsam ist, wird er deine Aussage ernst nehmen und sowas sagen wie Entschuldige, ich wollte dich nicht verletzen. In den meisten Fällen führt das zur Versöhnung und der Streit ist beendet. Probiert's mal aus.